Bin ich der Einzige, der nicht wusste, dass in den letzten Tagen von Schaban Hafsa bin Umar gestorben ist? Schaut euch das Video bis zum Ende an, um ein paar interessante Fakten über sie zu erfahren. Wusstet ihr zum Beispiel, dass der Prophet sie während seiner Lebzeit einmal geschieden hat, weil sie ihn immer schlecht behandelt hatte? Dann hat er sie aber auf Druck einiger Leute wieder zurückgenommen. Außerdem wollte auch sie mit Aisha an der Kamelschlacht teilnehmen. Doch ihr Bruder Abdullah hat es ihr verboten. Sie erhielt aber einen Brief von Aisha, als Imam Ali in Dikar sein Lager aufschlug. Aisha sagte zu ihr, dass Ali Angst hätte und auf jeden Fall in diesem Krieg sterben würde. Was Hafsa dann tat, hat mich geschockt. Sie hat ihre Diener zusammengerufen und gefeiert und gesungen und Trommeln geschlagen. Und sie haben schlecht über Imam Ali geredet, aus Freude über den erwarteten Tod von ihm. Doch als Sayyeda um Kultum das erfuhr, ging sie mit einigen gläubigen Frauen zu ihr und rezitierte Vers 10 von Surat Al-Tahrim. Dann sagte sie, so wie ihr euch heute gegen den Fürsten der Gläubigen auflehnt, so habt ihr euch vorher schon gegen seinen Bruder, den Propheten Gottes, aufgelehnt. Da offenbarte Allah im Koran über euch, was er offenbarte. Als Hafsa dann sah, wie sie bloßgestellt wurde, zerriss sie den Brief von Aisha und bat um Kultum, dass sie sie nicht weiter bloßstellt. Sie hat wohl Augen gemacht, als Aisha als Gefangene nach der Niederlage gegen Imam Ali zurückkam.